Hallo Magnus, wie geht's? Hi, hi! Danke, gut! Ich bin Grafik-Dizinerin, aber ich finde das Thema Essen interessant und poste oft Fotos von Essen im Internet. Oh, das finde ich toll! Und du, arbeitest du noch als Kellner im Café Mozart? Ja, ich mag meine Arbeit im Café. Das ist toll! Boah, ich habe echt Hunger! Vielleicht nehme ich ein Schnitzel mit Kartoffelsalat. Hm, was nimmst du, Magnus? Ich weiß es nicht. Ich esse kein Fleisch und keinen Fisch. Isst du gern Sushi? Das Sushi hier ist vegetarisch. Hm, nein, nein. Sushi esse ich nicht so gern. Und eine Pizza Margherita? Ja! Gute Gähartige Misch! Ich glaube, ich nehme lieber einen Hamburger mit Pommes. und ich trinke einen Eis. Und ich trinke einen Eis-Tee. Und du? Eis-Tee mag ich nicht. Hm, vielleicht ein Mineralwasser ohne Eis? Nein! Ich nehme lieber einen Apelsatz. Also, wir treffen uns da. Bis später! Ja. Tschüss!